Seht ihr das? Es ist fantastisch! Die haben sich alle vorbereitet für den Kampf. Also, diese Dokumentation nimmt Formen an, die ich so nie erwartet hätte. Ich bin mehr als zufrieden. Ich glaube, das wird fantastisch. Jetzt müssen wir uns ein wenig verstecken. Dann stehen wir in dieser Schlacht ein wenig gedeckt, getarnt, hinten dran. Dann filmen wir das und dann wird das ein Ni-Gell-Film. Aber wir bleiben gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Du hast uns gesehen, wir sind nur das Dritte. Wir sind hier mit dem ganzen Heerfug. Du wirst untergehen, Higar. Sehen wir den? Hup! 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 Förmal Halla! Almost N guitar! Iоля! Und, Läner! Endlich gehört der Karpax mehr. Wo ist die Karte? Ich bin im Mantel. Wo ist sie da? Ich habe mich festgegangen zu schauen. Nur das? Der Barbar! Du hast uns verraten! Ich weiss es nicht! Sie war im Mantel! Wo hast du die Karte? Ich kann sie nicht mehr. Was ist passiert? Es sieht nicht gut aus. Der Eiger hat die Karte nicht gehabt. Er hat noch eine T-Beutung gefunden. Oder? Ich weiss. Wir wollen diese Karte finden. Ich finde diese Karte. Oh Gott! Ich kenne jemanden. Den Vicky. Da kann ich helfen. Endlich! Oh, Nebenwirkungen. So geschickt. Nebenwirkungen. Ich wusste, von dem kommt mir der Scheisse rüber. Ich gehe. Vicky! 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 Ich brauche deine Hilfe! Nehmen wir Platz. Uns wurde die Sternenkarte geklaut. Und du bist die einzige Chance, dass wir sie wieder finden. Er hat nur einen Hinweis. Ein Teewüttel, den er liegen hat. Ein Teufel, den er ist ein Geist. Ein Teufel, den er ist ein Geist. Ein Geist. Ich sehe viele Leute, die in der Nähe eines See, auch im Wald und arbeiten und auch den Mut. Und dort arbeiten. Nein, er ist nicht arbeiten. An diesem Tag, bei diesem Ort, ihr werdet dort eure Lösung finden. Gehen Sie. Und ich finde es. Ich sehe viele Leute, die in der Nähe eines See, die in der Nähe eines See, die in der Nähe eines See, die in der Nähe eines See. Ich sehe viele Leute, die in der Nähe eines See, die in der Nähe eines See, die in der Nähe eines See.